was hängt oh alter ist das diese korsdorfsky schleie warum ist die so schwer ich bin ja mit dem ziel hierher gekommen das wie zu fangen aber glaubst du denn dass du das in einer halben stunde schaffst im leben nicht moin liebe angelfreunde und herzlich willkommen zur heutigen session ja willkommen am kupfersee diesem wunderbaren neuen level 29er gewässer für karpfen liebhaber aller art heute gab es ihr habt es schon im intro gesehen ein tolles moment was wir hier zelebrieren können nämlich den erfolgreichen fang einer korsdorfsky schleie ich finde diesen name immer noch faszinierend ja an einem spot der im grunde genommen schon bekannt ist natürlich dem ein oder anderen durch die ein oder andere information mir in dem fall durch meine übungen hier mit erdbeere und zwar hier unten am spot davon blinkt und ballert es schon wieder sind schon wieder die fische besonders aktiv hier so an der position 67 59 wo schon wieder fisch aktiv ist erstmal gerade schauen was da rauskommt genau hier ist auch korsdorfsky schleie gefallen und das setup dafür möchte ich euch auf jeden fall nicht vorenthalten es war ein gutes setup wie ich finde was sehr gut geholfen hat und was natürlich auch in seiner variation und am ende auch in seinem kern vielen von euch schon wahrscheinlich bekannt sein dürfte wir schauen uns uns trotzdem mal an ich bin hier heute mit einer picker route unterwegs das deckt zumindest dann auch gleich die aufgaben für den kupfersee ab die wir heute ebenfalls angegangen sind und zum großteil schon bewältigt haben schauen wir einmal kurz rein da sind die aufgaben für den kupfersee fünf arten mit drei kilogramm minimum auf picker deswegen passt diese routen kombination sehr gut außerdem einmal den zwölf kilo fisch den wir alternativ auch hätten an der festung oder dem bernsteinsee ziehen können und fünf seltene oder sehr seltene arten da gehen wir ebenfalls heute ein bisschen mit rein schauen wir mal wie weit wir kommen in unserer aufgaben gestaltung jetzt geht es in das setup ich habe es euch eben schon kurz angeteasert hier ist das ganze noch mal wir haben die picker route wir haben alpha 6000 wir haben 22 kilo devil braid schnur drauf 450 meter hat das teil insgesamt auf die rollen kapazität hin kommen wir auf knapp 250 meter wer schon mal hier in die videos reingeschaut hat weiß dass die breiteste stelle so um die 70 bis 80 meter hat ergo werden wir hier sehr gut zurecht kommen mit dieser schnur kapazität gar keine probleme auch kein bereich wo der fisch abhauen kann wir haben das led core brown kamo hier als verstärkendes element mit dabei wir haben flat clay 30 gramm angepasst hier an mein wurfgewicht plus einen s 1 ls mugger lang und schlank genau ls lang und schlank und in der kombination der klassischen haar montage das sollte man dazu sagen noch haben wir doppel pellet plus milchcreme als dip pellet karamell 14 süßer karamell 14 und süße sahne 14 das ganze auf drei routen und um das ganze noch ein bisschen zu pushen ihr seht schon hier oben flackert es wieder das heißt da ist wieder irgendwo ein fisch dran oder zwei oder drei keine ahnung haben wir noch eine weitere route die wir auch abstellen dürfen das ist die sogenannte spot route auf dieser befindet sich hier die west hill cup classic eine futterrakete die zehn portionen im übrigen das maximum was man auf einem spot verteilen sollte ausbringen kann so was unsere futtermische angeht ich habe hier ganz verschiedene varianten unsere ist heute karamell sahne milchcreme kupfer das ganze ist hier eine zusammensetzung aus der basis gemahlene biskuit wir haben die süße sahne drin die wir schon als pellets verwenden wir haben auch das karamell als aroma dazwischen das ebenfalls als pellet genutzt wird und der boily milchcreme als pendant zu unserem dip den wir ja auch hier auf der montage auf der haar montage verwenden alles samt mit einfließen gelassen der biskuit war ein bisschen frei schnauze entschieden ich persönlich glaube dass man mit maismehl auch ganz gut unterwegs ist zeigen die rekorde doch relativ viele fänge auch in kombination mit maisbrei das nur eine überlegung von mir die aber hier heute keine anwendung findet wie gesagt biskuit ist unser ziel und damit geht es heute an den start ihr seht also es ist hier wirklich einiges los aber das ist jetzt nicht der hauptteil den ich euch zeigen möchte das sind einfach nur ein paar besondere zusätze die wir hier jetzt sehen erstmalig aber ich kann euch verraten der hier der war auch dabei viel spaß ja letztes mal als ich hier war weiß ich noch da war hier eine menge frequenz da war es nämlich auf erdbeere jetzt ist erstmal die frage ganz grundsätzlicher natur was geht denn hier so ab also zunächst mal sei gesagt hier gibt es aufgaben noch von der herausforderung ich war neben gewässern noch nicht um hier die herausforderungen abzuschließen aber ein drei kilogramm fisch von fünf zu ziehen auf eine picker route das kriegen wir denke ich hin das klingt schon so als ob dann zwölf kilo für strand wäre spaß wir gucken mal ich habe ja noch relativ niedrig alles eingestellt wir holen uns erstmal ein f1er karpfen genau wunderbar 1,5 kilo 18.000 dp da macht die happy hour spaß mit sowas sehr schön da gibt es vielleicht die nächsten drei kilo fisch jawoll nummer zwei sehr schön jetzt am besten noch eine f1er trophy in c2 und irgendeinen koi dann bin ich zufrieden alles über drei kilo lübbt so leute in unserem fall da wir alle auf den gleichen spot ausgelegt haben würde ich sagen ist eine futterrakete eine gute probate option nehmen wir hier unser teil was wir haben futtermische da muss ich jetzt kurz suchen kupfer erdbeer habe ich beim letzten mal sehr erfolgreich verwendet hier die ganz lange formulierung und dabei diese 10 von 10 ist das was wir brauchen der spaß hält 13 stunden also etwa einen halben tag dann wollen wir mal auf zehn meter und dann geht's los wir stellen uns weiter rüber denn der robot bildet keine nachbarn das ist sehr interessant dann gucken wir mal was da passiert ob da milchcreme karamell und sahne in kombination was auslösen auch guck mal direkt schon wieder der einstieg auf der rechten seite gar nicht lange gedauert ne oh hey mit bremseinstieg auf 27 das könnte spannend sein wobei oh schaut mal mein nächster drei kilo fisch wie es scheint 8,9 kilo narumi asagi oh wow alter schwede 217.000 ep was denn mit ihm hier los ja gut die happy hour kickt noch mit rein aber unabhängig davon das ist schon eine menge leute wow da haben wir den drei kilo fisch auf jeden fall drin er ist sehr selten ja geil da gucke ich mir noch direkt mal an hier also hier im detail ist es der drei kilo fisch und was war hier noch fange fünf seltene oder sehr seltene fische an den aufgeführten gewässern ah ja gut das kommt noch oben drauf ja hey hervorragend danke mein freund du hast mir gleich zwei hilfreiche aufgaben gegeben klasse gut der geht wieder raus mensch hat die mische doch geholfen hat fast den anschein wir gucken mal weiter hier gibt es den nächsten schuppenkarpfen schon wieder wow was guckt euch das mal an auf 29 geht in die bremse rein leute da freue ich mich drauf wenn das das dürfte doch zwölf kilo jetzt sein oder der fisch hat doch jetzt bestimmt zwölf kilo an der angel kommt schon wenn ich so schüchtern alter ist dass diese korsdorf ski schleier warum ist die so schwer ich bin ja mit dem ziel hierher gekommen dass wir zu fangen aber glaubst du denn dass du das in halben stunde schaffst im leben nicht im leben nicht leute das gibt es doch gar nicht ja geil also der post hat offensichtlich nicht zu viel versprochen es ist möglich die hier zu ziehen aber 5,3 kilo leute der ist aber schön groß geworden du mega und hier gibt es noch carp fishing warte mal der fisch wird für folgende herausforderung gewertet fangen sie 15 verschiedene arten in trophäengrößen mit einer verfügbaren haar montage habe ich da schon mal was ah ja guck mal es gibt schon ein paar einträge das hat allerdings jetzt wenig mit der sieben jahre r4 herausforderung zu tun die finden wir wohl eher hier nämlich fangen sie ein 3 kilo fisch ja das macht sich gut in der darstellung auf jeden fall ja wahnsinn leute dass sich das vier jetzt wirklich jetzt trophäe raus sie auf die montage habe ich im leben nicht erwartet aber der hat sich auch schwer gemacht leute es ist ja beeindruckend ja geil also diese xp hier überlegt mal 700.000 was für 55 kilo fisch das ist ja der hammer das muss ich mir natürlich auch mal kurz auf der zunge zergehen lassen hier diesen fisch das ist ja großartig so eine ganze vierer reihe in folge vor allem das baut sich dann so nach beiden seiten weiter auf heißt als nächstes haben wir dann entweder den zeilenkarpfen und den lederkarpfen als ziel gell so wie das hier aussieht jetzt gucken wir erst mal ob wir hier den letzten drei kilo fisch dran haben der uns noch fehlt das sieht nicht ganz danach aus aber die schleier brauchen wir glaube ich hier auch schon wieder auf 29er bremse ich meine gut ich habe eine 13 kilo rolle da drauf 13,5 aber trotzdem das fühlt sich so gut an gerade er ist auch bestimmt mein fünfter drei kilo fisch oder oder komm 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 zeig mir doch mal was da kommt diesmal ist es keine schleier auf jeden fall was ist das was bist du dinkels bühler oder ja fisch nummer fünf 15 kilo dinkels bühler spiegelkarpfen damit habe ich gleich wieder zwei aufgaben abgeschlossen wir brauchen einen 12 kilo fisch haben wir und den fünften drei kilo fisch am kupfersee so das ist durch und den haben wir auch mega geil häkchen an zwei von drei aufgaben und wieder 52.000 ep also wahnsinn was die mische hier vorne schafft heftig heftig leute ich aber doch ein bisschen licht das ist mir zu du es daher wer hat denn hier bitteschön die frequenz angestellt ich kann es euch nicht sagen es ist total abgespaced hätte ich nie erwartet dass das bei mir heute so klappt da kommt die nächste schleier 2,2 kilo wenn jetzt auch noch als trophäe gekickt ich glaube dann bin ich für heute durch das bedeutet wir haben hier bei diesen aufgaben die gelegenheit den da abzuhaken und den da abzuhaken und fünf selten oder sehr seltene fische zu ziehen da kommt ja der bernsteinsee noch dazu da würde ich sagen werden wir uns auf bernsteinsee noch mit fokussieren wenn ich werde noch ein bisschen stehen bleiben falls noch irgendwo der ein oder andere koi dazu kommen sollte dann oder der c2 fehlt uns ja auch noch dann kann man hier sagen das geht in die richtige richtung dann nehmen wir die noch mit ansonsten mache ich mir da gar keinen druck mit den fünf selten oder sehr seltenen fischen da gibt es mehr als genug gewässer an denen das erfolgen darf ist also überhaupt kein problem so gesehen sind wir dann offiziell oder halb offiziell mit den aufgaben für den kupfersee nämlich auch schon durch ja so ist es wir schauen jetzt mal was da noch so passiert auf die zeit die wir hier sind was kommt hier schon wieder guckt mal nochmal der narumi asagi wieder 110.000 also wenn ich schnell mein level voll machen will ich glaub bleib hier stehen wieder sehr selten dankeschön spiel dass du mich hier somit schätzen überhäuft dafür ist die frequenz wie gesagt nicht ganz so dicke aber es ist okay damit kann ich leben ja wahnsinn leute level 46 bald incoming habe ich gehört da auf der 1 ist wieder was das gibt es diesmal ein f1er also auch geschenkt hier lauter schätze an der angel schon wieder druck hier da ist schon wieder das auf der mitte jetzt kommt ja noch frequenz rein jetzt kommt da auch noch so ein giebel ach hör doch auf hör doch auf hier stimmt doch irgendwas nicht mit dem gewässer hier ist doch irgendwas nicht normal gerade was ist los leute ich habe keine ahnung was hier passiert da gibt's dinkel spieler zeilen karpfen und da wir den zeilen karpfen noch nicht hatten sondern nur den spiegel karpfen fällt das unter die rubrik fangen sie einen von fünf seltenen oder sehr seltenen ich sehe auch gerade mir fällt auch gerade dabei auf dass der dingels spieler spiegel karpfen gar kein seltenheitsmerkmal hatte sonst hätte ich ja schon drei fische gehabt das heißt also hier der scheint wirklich etwas seltener zu sein ist in ordnung ist in ordnung sieht sehr gut aus mit 4,8 kilo schöne größe gibt wieder gute ep um drauf ich würde sagen wir verkaufen mal unsere fische beziehungsweise wir gucken erst mal ins café rein ob wir da ein paar schöne aufträge bekommen und dann geht es hier drüben zu diesem super cool gestalteten beach wagen oder was das sein soll den verkauf so schauen wir mal also wir haben schleier die haben wir gefangen auf jeden fall schuppenkarpfen haben wir den haben wir nicht wir gucken erst mal beim schuppenkarpfen rein preislich sortiert 3,5 das passt sind schon mal 22 silber der hier ist gerade abgelaufen augenblick wüster jetzt ne danke wir haben außerdem schleien gefangen 1,6 und bringt 16 jetzt will ich mal gucken weil ich nicht weiß was sie hier bringt die schleie mit 1,6 bringt nur 8 ok das ist eindeutig besser wenn wir es hier verkaufen ab und zu mal rein gucken schadet ja nicht nur so also zwei aufträge hier abgegeben das sind schon mal 38 silber jetzt gucken wir mal hier drüben bin gespannt was ein fisch alleine 676 silber das ding bringt mehr als ein trophy seewolf gestreift am nordmeer es ist ja heftig leute das ist heftig leute okay narumi asagi mit 94 und 48 ist schon deutlich dahinter was ja nicht weiter verwundert dann haben wir 15 kilo dinkel spieler 43 silber und hier unser geliebter f1 er wenig aufwand für gutes silber 24 da kann selbst jeder giebel als trophy nicht hinterher krass und vier kilo vom zeilen kapfen immerhin auch 22 ob also ich bezweifle dass der mit dem gewicht hier weniger wert wäre der ist natürlich durch seinen seltenheitsstandard wahrscheinlich deutlich wertvoller ja es sieht sehr gut aus also ja lassen wir jetzt mal einfach gehen einfach mal davon aus wir hätten die jetzt nicht gezogen mit kriegen wenn tausende leute ansonsten 408 silber plus noch der kaffee auftrag von 38 also so ungefähr 440 450 silber finde ich für den karpfen gewässer extremst gut aber ein tausender leute sorry sowas kenne ich normalerweise nur vom nordmeer es heftig aber eine tolle stunde wirklich so 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017